Das sind jetzt ein Haufen Questgegenstände, durch die wir durchzoomen können. Okay, wir haben 3, 6, 9, 13 Eisengewichte und Bleigewichte haben wir 6, 12, 18, 20. Okay. Ja, macht einigermaßen Sinn, das Ganze. Jetzt gucken wir uns das Rätsel nochmal an. Also Kiste 1 benötigt zweimal so viel Eisen, wie Blei benötigt wird. Also wenn sie ein Blei braucht, braucht sie zwei Eisen. Kiste 2 benötigt so viel Eisen, wie Kiste 1, plus 1 dazu. Ja und doppelt so viel Blei wie Kiste 3. Also Kiste 3 benötigt auf jeden Fall... Kiste 3 benötigt auf jeden Fall viermal so viel Blei, wie sie Eisen benötigt. Also wenn ein Eisen drin ist, müssen auch vier Blei rein. Kiste 4 benötigt halb so viel Blei, wie Kiste 2 und 3 zusammen. Und die Differenz an Eisen zwischen Kiste 1 und 3. Okay, ist es 1, minus 3, dann hat nämlich... Okay, versuchen wir es mal so. Wir tun auf jeden Fall schon mal zwei Eisen und ein Blei. In Kiste 1 und in Kiste 3 ein Eisen und vier Blei. Also Kiste 1 kommt ein Eisen und... Äh, zwei Eisen und ein Blei. Und in Kiste 3... ...gehört... ...vier Blei und... ...ein Eisen. So... Ey, das stimmt sogar. Die Platte leuchtet auf. Okay, also ist das schon mal richtig. In die Kiste 1. Gut, das hilft uns schon mal. Dann komm... ...tun wir hier noch mal... ...so viel rein. Ah ja. Okay, dann gucken wir noch mal auf das Rätsel. Benötigt so viel Eisen wie Kiste 1 plus 1. Sieht doch doch viel so viel bei wie Kiste 3. Kiste... Also fünf Eisen und... Fünf Eisen und acht Blei. Benötigt Kiste... ...eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und fünf Eisen. So. Sind das fünf Eisen? Nein, das sind nur vier Eisen. Und der Rest muss dann wohl in Kiste 4 hinein. Wir brauchen gleich mal mathematisch vorgehen. Jawohl. Und schon haben wir den letzten Teil... ...den letzten Drehstein. Sehr schön. Gut. Es ging ja eigentlich relativ einfach, das Rätsel. Aber es war trotzdem interessant. Fand ich jedenfalls. Nein, da geht's ja gar nicht weiter. Aber wir könnten mit dir noch mal sprechen. Fert hat sie uns noch was zu sagen? Du kehrst zurück. Hast du's dir anders überlegt? Na, ich möchte noch etwas wissen. Ich werde antworten, so gut ich kann. Oh, wir können sie fragen, ob sie weiß, wo die Beine sind. Sie ihre Knochen? Keine Ahnung. Mit mir spricht die Priesterin nicht. Ich werde antworten, so gut ich kann. Ich werde antworten, so gut ich kann. Drüben in einer der Grabkammern, glaube ich. Die Schwestern wollten sie der dunklen Göttin opfern. Doch sie versagt. Ich werde antworten, so gut ich kann. Weißt du, wer die Priesterin erschlagen hat? Oh, das weiß ich nicht. Vielleicht geistert sie. Ja gut. Also sie hatte uns nichts nützliches mehr zu sagen. Dann geht es jetzt wieder in den... Hauptraum zurück. Das Rätsel der Tür lösen. Jupp. Das ist ja... Auch nicht so schwer. Ich habe es mir ja gleich schon zu Beginn mal angeguckt gehabt. Okay, wie ich es mir dachte... Wie ich vorhin gesagt habe, die Anführerin ist hier. Sie hat, äh... Halt, Duda, was hast du hier zu suchen? Die dunkle Göttin ruft nur Kämpferinnen. Äh, die dunkle Göttin? Ich bin aus einem anderen Grund hier. Äh, eigentlich bin ich hier, um deine dunkle Göttin zu vernichten. Vergeude nicht unsere Zeit. Oder willst du meinen Zorn wecken? Erklär dich. Okay, wir könnten jetzt ehrlich sein und sagen, dass die Elfen uns, äh... Sagen, gesagt haben, dass wir hier ein Heilmittel für Ardo finden können. Aber ich denke, wie wir vorhin mitgekriegt haben, sind sie auch ein Teil des Experiments des, äh... Komischen Magiers. Vielleicht prüft sie das ein bisschen aus der Bahn. Einem Mann kann man so wenig trauen wie einer Schlange, wenn sie von der Seite schielt. Und dir traue ich noch viel weniger. Schwestern! Angriff! Okay, soviel dazu. Gleich mal das Sumus-Schild hochmachen. Äh, vorgrem auf die Anführerin. Was? Kuanu-Sternstaub. Und los geht's. Wie lang hebt der Sumus-Schild? Nicht lange, aber... Lang genug. Die Anführerin ist auch nicht... Ist auch nicht so besonders stark. Also von den Lebenspunkten her. Komm schon! Aber vielleicht sollte Feiris doch einen Accelerator so vor Grimm sprechen. Ach, okay. Auch wenn der Zauber ziemlich wenig, äh... Entfernung hat. Also ziemlich geringe Reichweite. Und weil er das ziemlich nah rangehen muss. Weiche! War Iya! Äh, du kannst helfen, den von Kuanu zu besiegen. Vor Grimm noch einen Wuchtschlag. Oh, das war ein guter Treffer von Vor Grimm. Äh, ich glaub, du solltest lieber auf die Schützchen dahin schießen. Das ist, glaub ich, so besser. Und ich sollte dringend die... ...töten, die... ...mit hier nervt. Äh, Kuanu könnte mal kurz helfen. Mit dem Sternenwurf. Auch wenn man muss gerade was einstecken. Aber er teilt auch wenigstens gut aus. Und kann ich nämlich mal mit helfen, die Schützin dahinten... ...zu eliminieren. Oh, ho, ho! Okay. Da Kuanu gerade keinen... ...Karma-Punkt... ...zure Verfügung hat, macht er mal einen gezielten Stich, dass er auch Mausdauer... ...verbraucht. Und Feiresheim erfolgt dann. Noch ein gez... ...naja, okay, der gezielte Schuss war nicht notwendig. Dann mach ich lieber mal einen gezielten Schuss auf... ...die Amazone hier. Ja. Und folgt dann noch einen Wuchtschlag auf die... ...dann dürfte die auch geschickt sein. So, genau. Und du solltest eigentlich Falkrim heilen. So, was hat er denn die... ...schwarze... ...Kurkuma-Amazonen-Schild? Und Kurkuma-Arm-Schien? Können nur vom Weiblicht getragen werden. Aber das Schild... Na? Falkrim triebt zur Zeit einen Buckler. Den kann er mal gegen das Amazonen-Schild austauschen. Auch wenn es ein bisschen komisch aussieht. Wenn er damit rumläuft. Aber gut, wir haben die... ...schwarzen Amazonen jetzt endgültig getötet. Abgesehen von der einen, die da... ...Reue gezeigt hat. Und ich hätte so gerne einen Bogen von einer dieser Amazonen gekriegt. Aber egal. Das ist nämlich garantiert ziemlich schick. Ein Amazonen-Säbel. Noch einer. Und ich merke gerade, dass ich viel zu viel Zeug habe. Deswegen gehen wir mal... ...Zeug zum Verkaufen an Falkrim ab. Pfeile können zu Feiris. Silberketten zu Quarne. Und das ist eigentlich eine Mietzutat. Und das ist Salbenfett, das braucht. Also das ist eigentlich auch eine Mietzutat. Diamantstaub und Blattgold zu Falkrim. Der Rest kann eigentlich bei mir bleiben dann. Obwohl das sind rostige Nägel, die können noch zu Falkrim... ...Schleifsteine. Dann kann das Zeug, was verkauft werden soll, doch wieder zu mir hoch. Nö, da bin da zu Feiris. Fussel zu mir. Ja. Gut. Ich habe zu viele archivistische Sachen, merke ich gerade. Hat Quarne noch was? Nützliches? Gerade? Nö. Okay. Dann mache ich hier nochmal einen Quick-Safe. Ich würde sagen, jetzt machen wir noch das Rätsel hier. Und dann mache ich meinen Cut. Als die Sonnenstrahlen aufgingen, beschloss der Kämpfer ohne Namen, den vertrauten Fluss zu verlassen, dem Wind zu folgen und dieser auch wehe. Also das Erste müssen wir auf Sonne drehen, bis die Sonne vorne ist. Dann brauchen wir den Kämpfer. Der müsste ja durch die beiden Schwerter angezeigt sein. Ich habe mir das Rätsel ja schon beim letzten Mal, als wir das gesehen haben, angeguckt. Das ist ziemlich leicht und schnell verstanden. Das müsste der Fluss sein und das der Wind. Genau. So. Ich gebe zu, das Rätsel war ziemlich schnell zu lösen. Aber ja, es war auch nicht schwierig, das Rätsel. Ich finde, das erste Rätsel, was wir da hatten mit dem Skelett über die Druckplatten lotsen, war am schwierigsten. Aber das hier war auch nicht auch, wie soll ich sagen, sehr interessant eigentlich. Okay, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt da reingehen und wahrscheinlich der Dämonin begegnen, speichere ich hier jetzt ab und mache einen Cut und dann sehen wir uns bald wieder. Oh, das ist das so Vad yeux anstecken wird. Und das ist das daqui. Untertitelung des ZDF, 2020